Hallo, hier ist euer Christian Bischof und heute sprechen wir darüber, wie du eine Beziehung, die in der Krise steckt, wieder so in die Spur bringst, dass die Liebe zwischen euch wieder fließen kann. Indem du deinen Fokus massivst veränderst, lass es uns gleich praktisch machen. Stell dir zwei Räume in deinem Kopf vor. Der erste Raum ist der Raum der Wertschätzung. Und in diesen Raum wandern deine Gedanken, wenn du an die positiven Eigenschaften deines Partners denkst, an die Dinge, die du an ihm magst, wenn du gedanklich in euren intimen, schönen, angenehmen, unvergesslichen, liebevollen Erfahrungen schwelgst, die ihr gemeinsam erlebt habt und die euch zusammengeschweißt haben. Und für jede Erfahrung, für jede tolle Eigenschaft deines Partners steht in Gedanken ein Satz oder ein Wort an den Wänden dieses Raumes der Wertschätzung. Und dieser Satz wird dafür immer und ewig stehen bleiben. Diese Sätze sind alle freundlich und positiv. Sie beschreiben deinen Partner. Vielleicht sind es Dinge wie liebevoll, achtsam, mit ihr kann man Pferde stehlen, verrückt, ehrlich, verlässlich, immer gut drauf, gut aussehend oder wunderbare Köchin oder ein ganz toller, starker Mann. An den Wänden in diesem Raum der Wertschätzung stehen Eigenschaften, die du an deinem Partner wirklich, wirklich innerlich schätzt. Und jedes Mal, wenn du über sie nachdenkst, weil du in Gedanken in diesem Raum bist, steigt die Liebe für deinen Partner. Je länger du über diesen Raum nachdenkst, je mehr du dich in ihm aufhältst, umso dankbarer wirst du für deinen Partner. Auch wenn es zwischen euch mal nicht so läuft, was in einer Partnerschaft immer der Fall ist. Und wahrscheinlich hast du viele dieser Aussagen zu Beginn eurer Beziehung an die Wand geschrieben. Du hast am Anfang viel Zeit in diesem Raum verbracht, in der Verliebtheitsphase. Und je länger ihr zusammen seid, umso öfters hast du dich gedanklich aus diesem Raum verabschiedet. Weil es gibt einen zweiten Raum in deinem Kopf. Der liegt direkt nebenan. Und das ist der Raum der Kritik. An seinen Wänden stehen Dinge, die dich an deinem Partner stören. Enttäuschungen, Verletzungen, schlechte Erfahrungen. Ursachen sind meist verletzte Gefühle, nicht erfüllte Erwartungen und Frust. Dieser Raum beinhaltet alle Schwächen und Fehler deines Partners. Und in fetten Großbuchstaben stehen sie an den Wänden. Wenn du dich gedanklich zu oft und zu lange in diesem Raum aufhältst, wirst du erst frustriert, dann enttäuscht sein. Und irgendwann glaubst du, du hättest dir den falschen Partner ausgesucht. Dieser Raum ist gefährlich, weil in diesem Raum werden die Argumente für den nächsten Streit gesammelt. In diesem Raum wird die Munition für den nächsten Kampf gelagert. Der Verbitterung erlaubst du hier sich auszubreiten, wie eine Krankheit. Wenn du in diesem Raum bist, dann fühlst du dich nicht mehr geliebt, nicht mehr verliebt und du denkst immer nur an alles Negative. Je mehr Zeit du in diesem Raum verbringst, desto weniger wirst du deinen Partner schätzen. Weil hier schmiedest du üble Gedanken, auch über Scheidung und Trennung denkst du hier nach. Du denkst dir jetzt vielleicht, ja, Herr Christian, das stimmt aber alles, was in diesem Raum steht. Und ja, da hast du recht, ich habe dieses Prinzip früher auch nicht verstanden. Doch genauso stimmt alles, was in dem Raum der Wertschätzung über deinen Partner steht. Jeder Mensch hat Schwächen, Verletzungen, ist mal schlecht drauf, hat ungelöste Probleme und kann sich in gewissen Bereichen verbessern. Doch leider schaust du in Krisenzeiten gedanklich mit einer Lupe täglich in den Raum der Kritik. Und du vergisst den Raum der Wertschätzung. Das ist der falsche Fokus. Weil, worauf du dich fokussierst, das fühlst du. Und Partnerschaft ist primär Gefühl. Worauf du dich fokussierst, das bekommst du in deiner Partnerschaft. Und gerade in Krisenzeiten ist wichtig, dass du dich auf den Raum der Wertschätzung fokussierst. Um das Gute an deinem Partner wieder zu spüren. Um das Gute wieder wahrzunehmen. Die Eigenverantwortung weiß, als du dich für deinen Partner entschieden hast, hast du dich nicht nur für seine Stärken, nicht nur für seine tollen und liebenswerten Eigenschaften entschieden, sondern auch für all seine Schwächen, für seine Probleme und für seine noch nicht aufgearbeiteten Ängste aus der Vergangenheit und all die Krisen und Herausforderungen, die auf euch zukommen werden. Ja, die immerwährende Liebe weiß, dass es den Raum der Kritik gibt. Doch manchmal ignoriert sie ihn bewusst. Sie beschließt sich nicht mehr in diesem Raum aufzuhalten. Die Liebe geht lieber jeden Tag bewusst in den Raum der Wertschätzung. Sie nistet sich dort ein. Sie entscheidet sich im Zweifelsfall immer für den Partner und dafür, das Beste über ihn zu denken. Sie weigert sich, Unbekanntes mit negativen Vermutungen anzureichen. Und sie konzentriert sich so oft wie möglich auf das Positive. Weil dieser Raum, der trägt dich durch Krisen, der trägt dich durch schwere Zeiten. Weil nach einer gewissen Beziehungszeit schaust du immer durch einen emotionalen Filter auf deine Beziehungen. Und dieser emotionale Filter sollte positiv sein, weil der hält euch auch in den schwierigsten Phasen zusammen. Und deswegen beschließe, in den Raum der Wertschätzung einzuziehen. Der einzige Grund, warum du den Raum der Kritik betreten solltest, ist, um an die Wände ein fettes von bedingungsloser Liebe umhüllt zu schreiben. Sodass du irgendeinen Anker hast, dass du sagst, der Raum, der wird mich nicht von meinem Partner trennen. Und es ist Zeit, dass du den Raum der Wertschätzung zu deinem Zuhause machst. Wenn du dich bewusst entscheidest, auf das Positive zu achten, dann wirst du bald merken, dass du noch viel mehr positive Sachen über deinen Partner an die Wände schreiben kannst. Du wirst noch viel mehr Stärken, Fähigkeiten und Talente entdecken. Doch die Entscheidung, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, die liegt vor allem bei dir. Nochmal, ändere deinen Fokus und du veränderst deine Beziehung. Deswegen eine Aufgabe. Nimm zwei Zettel. Auf den einen Zettel schreibst du den Raum der Wertschätzung. Auf den anderen Zettel schreibst du als Überschrift den Raum der Kritik. Und dann nimm dir jetzt, gerade wenn du in der Krise steckst, Zeit, so viel Zeit, wie du gerade magst. Und schreib alles auf den Zettelraum der Kritik, was dich im Moment an deinem Partner stört, was du nicht magst, warum du glaubst, dass der falsche Partner ist. Und doch dann sei auch fair. Füll den Zettelraum der Wertschätzung aus. Was magst du an deinem Partner oder was hast du mal gemocht? Warum seid ihr zusammengekommen? Was hat er oder sie für Stärken? Was schätzt du an dieser Person? Schreib alles auf, was du in deinem Kopf hast. Du musst mit deinem Partner noch nicht mal darüber reden, sondern machst du eine Sache. Du nimmst den Zettel, den Kritikzettel, mit dem Raum der Kritik und du verbrennst ihn symbolisch. Es ist ein Symbol, das dir klar macht, dass du in diesem Raum dich nicht mehr länger aufhalten wirst. Danach schaust du auf den Zettel Raum der Wertschätzung und sagst deinem Partner heute persönlich ein paar wertschätzende Dinge, die du aufgeschrieben hast. Dann schaust du, was passiert. Nein, diese Übung wird nicht über Nacht eure Beziehung verändern, wenn ihr in einer tiefen Krise steckt, doch sie wird euch wieder zusammenschweißen, weil du deinen Fokus veränderst, wie du deinen Partner siehst und das wird eure Beziehung verändern. Ja, und wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen nach oben, schreib deine Gedanken, vielleicht hast du noch andere Inspirationen unter das Video in die Kommentare und schick es gerne an deine Freunde, Bekannte weiter, die vielleicht ein ähnliches Thema in ihrer Partnerschaft im Moment haben. Krisen gehören dazu, Krisen machen euch besser. Es braucht nur einen Mechanismus, wie du richtig damit umgehst. Denk da dran, die Liebe am Ende ist das Wichtigste im Leben und wenn die Liebe in deinem Leben passt, dann passt fast alles in deinem Leben.